Kamm feiert heuer den 300. Geburtstag seines berühmten Sohnes Graf Luckner. Luckner hat es von der oberpfälzischen Kreisstadt in die französische Hauptstadt geschafft. Als Marschall von Frankreich gelangte er zu Ruhm. Nun hat das Luckner mehrere Kammer Schaufenster geschafft. Fünf Schaufenster rund um den Marktplatz wurden anlässlich des Luckner-Jubiläums gestaltet. Ja, wir haben uns dieses Jahr Gedanken gemacht, wie wir auf 300 Jahre Graf Luckner auf das Jubiläum hinweisen können. Und da haben wir auch die Schaufenster mit in den Mittelpunkt genommen, um mit Zitaten aus der Zeit von Graf Luckner, wo auf ihn hingewiesen wurde, wo er entsprechend beurteilt wurde, wo es Zitate gab, dass wir entsprechend auf unser Jubiläumsjahr hinweisen. 300 Jahre Graf Luckner in der Stadt kam. Wir haben dazu auch eine Ausstellung vorbereitet im Museum Spur. Diese Ausstellung kann man vom 3. April 22 bis den 8. Januar 23 besuchen. Und wir wollen mit diesen Schaufenstern unsere Gäste, unsere Touristen, aber auch die Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt Kamm und aus dem Landkreis aufmerksam machen, dass man das Angebot auch nutzt. Was ist zu viel, aren wir? Also denke ich bei不同 Network Intro spine. Wunderschöne. 声 team. Untertitelung des ZDF, 2020